Welche Programmiersprache soll ich lernen? Am besten im Jahr 2024. Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Und selten sage ich, lern C-Sharp. Aber heute wird es wohl soweit sein. Da muss ich mich erstmal drauf vorbereiten. Aber es ist vor allem auch nur ein Teil des Bildes. Denn jede Programmiersprache hat ihre Daseinsberechtigung und ist für einen ganz bestimmten Bereich extrem wichtig. Ja, sogar Braithuck, die ist lustig. Und dann gibt es da aber etwa noch eine Million Frameworks, von denen, seit ihr das Video hier schaut, etwa drei dazugekommen sind. Deshalb ist das hier kein Ranking, sondern eher eine Empfehlungsliste, je nachdem, was ihr tun wollt. Die Wahl der Sprache bestimmt am Ende nämlich auch, in welchem Bereich ihr tätig seid, was ihr verdient und was genau ihr bei der Arbeit tut. Und hier darf ich euch auf die Job.io einladen. Eine virtuelle Jobmesse von GetInIT, die am 1. Februar stattfindet. Ich darf die Messe um 14 Uhr mit meinem Vortrag über Green IT eröffnen. Dort geht es unter anderem darum, dass ihr eure Smartwatch länger tragen könnt, ohne sie aufladen zu müssen, weil die Algorithmen dahinter einfach viel effizienter werden und weniger Strom verbrauchen. Ja, da kann man einiges tricksen und ich freue mich auf euren Input für diesen Vortrag. Haltet euch gerne schon mal den Termin direkt frei. Ihr findet alle Infos unten in der Beschreibung. Aber nun lasst uns anfangen mit der Sprache, die ich auch als erstes so richtig gelernt habe. Java. Meine Uni hat es mir damals beigebracht. Java ist solide. Es gibt sehr viele Anwendungen, vor allem große Anwendungen, die mit Java erbaut werden. Und vor allem im Bereich der Unternehmenslösungen, also diese internen Portale, die meistens, ich will nicht sagen hässlich, aber nicht besonders die schönste UI haben, die sind häufig mit Java geschrieben. Java ist die drittgefragteste Sprache, wenn es um Jobs geht, mit einem Durchschnittsgehalt von 118.000 Dollar, weltweit gesehen natürlich. Sie belegt außerdem Platz 4 im Rang des Tiobe-Indexes. Der Tiobe-Index gibt die Popularität von Programmiersprachen in der Community an und gilt als ein Vergleichswerkzeug. Aber man muss hier auch einfach dazu sagen, dass der Tiobe-Index seine Fehler hat. Denn er zählt beispielsweise einfach nur die Suchergebnisse, die man beim Googlen einer Sprache bekommt, wenn man sie sucht. Das ist natürlich ein grober Indikator, aber halt auch nicht der beste. An den Plätzen 1 bis 4 tut sich in den letzten Jahren wenig und auch laut Statista ist Java nur die siebt meistgenutzte Sprache weltweit unter Entwicklern. Aber laut der Stack-Overflow-Umfrage nutzen 30% der professionellen, also der beruflichen Entwickler, Java. Das ist viel. Java hält sich wacke, aber unter den ganzen Neuankömmlingen der Programmiersprachen tut sich zu wenig bei Java, um wirklich als moderne Sprache zu gelten. Das sieht man daran, dass die Popularität um über 4% zurückgegangen ist. Unter allen Sprachen im Tiobe-Index ist das am zweitmeisten. Aber natürlich wird die Software, die damit entwickelt wurde, weiter damit entwickelt. Also, meine Empfehlung ist, wenn ihr Java lernen müsst, zum Beispiel für die Uni oder euren Betrieb, lernt es natürlich. Sonst gibt es aber vermutlich bessere Lösungen. Wenn ihr allerdings schon angefangen habt, Java zu lernen, dann ist es auch eine sehr gute Wahl, Java weiterhin zu perfektionieren. Das ist eine gute Idee, denn es gibt immer noch sehr viele Jobs dafür. Denn Java wird auch dieses Jahr und wahrscheinlich auch 2025 nicht weggehen. Was die Frameworks angeht, so ist Java fast ausschließlich in Kombination mit Java Spring im Einsatz, was ich euch definitiv dazu empfehlen würde. Tiobe-Index-Platz 2 und 3 sind sehr eng miteinander verbunden und verwandt. C und C++. Die beiden Sprachen, die ich immer als die Sprachen für die Hardware beschreibe, sind maximal effiziente Sprachen, die auch sehr schnelle Software dann produzieren. 20% aller beruflichen Entwickler schreiben auch C++. C und C++ sind wohl mit die Sprachen, die am wenigsten Spaß machen, wenn man sie lernen muss. Aber dank der steilen Lernkurve und der wahnsinnig hohen Flexibilität hat man ein bisschen dieses Dark Souls-Gefühl, wenn man sie bezwungen hat. Und C und C++, das zahlt sich ganz gut aus. Platz 6. Bei der puren Menge an Jobs suchen die Firmen wohl noch immer nach Entwicklern und zahlen dementsprechend aber auch gut für diesen erlegten Boss. 136.000 Dollar ist das Durchschnittsgehalt, weltweit gesprochen natürlich wieder. Das ist Platz 4 von allen Gehältern. C und C++ zu lernen, müsst ihr euch aber gut überlegen. Das ist ein sehr großes Investment eurer Zeit, denn diese Sprachen dauern meist sehr lange zu meistern. Aber wenn ihr sie könnt, dann seid ihr krass. Hardware-nahe Entwicklungen wie etwa Systemtreiber, integrierte Chips in Smart Home-Geräten oder sogar Autos und auch Spieleentwicklungen, die ja auch hochoptimiert sein wollen, das alles bietet sich dann sehr gut an. Und das sieht man an der Umfrage von Stack Overflow. Die Anzahl an beruflichen Entwicklern von C und C++ hält sich ziemlich konstant über die Jahre. Wenn ihr Spiele entwickeln wollt, dann macht das absolut Sinn in Kombination mit der Unreal Engine. Für Hardware-nahe Entwicklungen wollt ihr ja möglichst wenig Frameworks, aber beispielsweise ein Arduino ist hier eine gute Wahl, gerade für den Einstieg. Python ist das Gegenteil. Es ist wahnsinnig leicht zu lernen. Ich liebe Python für seine Vielfältigkeit und für die unfassbare Schnelligkeit, mit der man Dinge entwickeln kann. Eine Anwendung, für die ein Java-Entwickler einen Tag braucht, kann man in Python im Extremfall in einer Stunde fertig kriegen. Das liegt an dem vielfältigen Ökosystem, das euch mit Bibliotheken für Web-Entwicklung, KI und Hacking versorgt und damit wirklich nicht zu knapp. Python war letztes Jahr die dritt meistgenutzte Programmiersprache unter allen Entwicklern und Platz 2 ist noch nicht mal eine Programmiersprache. Python ist laut dem Tiobe-Index auf Platz 1 und laut Stack Overflow auf Platz 4, wobei 2 auch hier keine Sprache ist und 3 ist SQL, was auch nicht direkt eine Programmiersprache ist. Und Jobs gibt es natürlich auch an jeder Ecke, sogar am zweitmeisten, insgesamt mit einem Durchschnittsgehalt von etwa 125.000 Dollar. Das ist laut der Quelle, die ich natürlich angeheckt habe, Platz 9. Aber gerade bei Python, weil man damit so viel machen kann, kommt es natürlich krass drauf an, was genau ihr tut. Aber Python ist langsam, also wenn man es ausführt. Sprachen wie Mojo hingegen versprechen Verbesserungen genau bei diesem Painpoint. Deren Entwicklungen verfolge ich natürlich auch gespannt, habt ihr ja mitbekommen. Im Dezember beispielsweise haben die auch schon wieder Partnerschaften mit AWS angekündigt. Mal sehen, was also dieses Jahr dort passiert. Damit ist Python aber sowas wie die Universalsprache, mit der man auch tatsächlich im Jahr 2024 einfach nichts falsch machen kann. Jetzt habe ich lange überlegt, welche Frameworks ich euch zu Python empfehle, denn es gibt einfach so unfassbar viele. Fast API und natürlich Django für Backends von Websites, SQL Alchemy für Datenbanken, PyTorch und TensorFlow für KI, NumPy und Pandas für Data Science, Requests, Beautiful Soup und Selenium für Crawler und Tests. Aber das ist nur die Oberfläche an allen Bibliotheken und Frameworks, die man so finden kann. Aber vergesst gerade hier nicht, ihr müsst die nicht alle lernen, nur das, was ihr gerade braucht. Auch wenn JavaScript nur die Sprache Nummer 6 im Tiobe-Index ist, kann das täuschen. Wie schon gesagt, der hat seine Fehler. Denn fast 66% aller Entwickler arbeiten mit JavaScript. Sie ist die meistgenutzte Sprache, denn über 98% aller Websites benutzen JavaScript. Und ehrlich gesagt ist das nicht wirklich verwunderlich. JavaScript ist die einzige wirkliche Programmiersprache, die euer Browser von Haus aus unterstützt. Mit Durchschnittsgehältern von 118.000 Dollar im Jahr ist das zwar nicht ganz so gut bezahlt wie andere Sprachen, aber dafür gibt es die meisten Jobs insgesamt. Klar, weil man mit JavaScript sogar nicht nur das Frontend der Website entwickeln kann, sondern mit Node.js und beispielsweise Express auch super gut serverseitigen Code bauen kann. Wenn ihr also Webentwicklung machen wollt, dann gibt es keinen Weg dran vorbei. Ihr müsst JavaScript lernen. TypeScript ist sowas wie eine Art Add-on für die Sprache, sorgt für Typen und etwas mehr das klassische Programmiergefühl, ist aber tatsächlich optional und in den letzten Jahren immer seltener geworden, dass es Leute benutzen. Heißt, lernt lieber JavaScript so richtig. Bei Frontend Framework sieht es hier allerdings ein bisschen anders aus. Das gibt es immer noch zuhauf. React führt die Liste noch immer an, aber auch gefolgt von Angular und Vue. Wenn ihr JavaScript lernen wollt, beziehungsweise allgemein, wenn ihr Webentwicklung machen wollt, dann lernt die Sprache, dann ein Frontend Framework, wie zum Beispiel React, Angular oder Vue und dann fürs Backend Node.js und Express. Dann seid ihr super aufgestellt. Wollt ihr mobile Apps entwickeln, könnt ihr natürlich noch React Native in Betracht ziehen. Das lohnt sich auch definitiv. C-Sharp war für, ich glaube fast alle, eine Überraschung dieses Jahr. C-Sharp hat die Programmiersprache des Jahres 2023 vom TIObe Index verliehen bekommen. Das heißt, sie hat den stärksten Zuwachs verzeichnet von allen Sprachen, weswegen quasi jeder darüber berichtet hat, man muss jetzt C-Sharp können. Während also C, Java und selbst JavaScript und Python Popularität verloren haben, nimmt C-Sharp zu? Wie gesagt, der TIObe Index vergleicht nur die Suchmaschinen-Ergebnisse im Verhältnis. Trotzdem ist da aber ein kleines bisschen was dran. C-Sharp war eine Entwicklung von Microsoft, die speziell für das Windows-Universum gedacht war, als eine Art Windows-Moderne Alternative zu Java. 29% aller beruflichen Entwickler arbeiten mittlerweile mit C-Sharp. Letztes Jahr waren das noch unter 28. Also, was passiert hier eigentlich gerade? Microsoft hat dieses Jahr einen wirklich enormen Aufschwung erhalten. Mit dem ganzen KI-Ökosystem, das sie sich aufgebaut haben, mit Windows Co-Pilot und mit MS 365 wechseln gerade einige Firmen in das Windows-Ökosystem. Und klar, die brauchen Software. C-Sharp läuft außerdem super gut in der Azure Cloud. C-Sharp läuft unter Windows und manch ein Hersteller, das ist zumindest meine Vermutung, hat sich also seine Zukunft bei Microsoft ausgemalt und will dann auch gleich mit den Entwicklungen dort bleiben. Aber zugegebenermaßen ist das definitiv nicht der Platz 1. Auch Python läuft wunderbar unter Windows, genauso wie JavaScript und auch Java oder C++ oder PHP. Und C-Sharp läuft auch unter Linux. Dennoch gibt es aktuell die zweitmeisten Jobs für C-Sharp-Entwickler, mit einem Durchschnittsgehalt von 118.000 Dollar, liegen sie also sogar relativ nah bei Java und JavaScript. C-Sharp ist eine wirklich solide Wahl, aber nicht meine Sprache des Jahres. Solltet ihr allerdings trotzdem schon mit C-Sharp angefangen haben, kombiniert die Sprache mit ASP.NET, einem Framework für Webentwicklung, oder kombiniert sie mit Xamarin. Mit Xamarin kann man wunderbar Cross-Plattform mobile Apps bauen und das ist auch was wert. Ähnlich verhält es sich aber mit PHP. Platz 5 für Arbeitgeber mit 103.000 Dollar im Jahr Durchschnittsgehalt, liegt das eher etwas unter dem Durchschnitt und es ist der Platz 10 für Entwickler. Also eine wirklich feste Konstante. WordPress, aber auch Frameworks wie Laravel und vor allem kürzliche Updates bringen ein bisschen die Modernität in PHP zurück. Machen aber auch PHP dadurch zu echt keiner schlechten Sprache mehr. Allerdings ist sie beschränkt und wird fast ausschließlich im Backend von Websites eingesetzt. Im Vergleich dazu ist JavaScript im Frontend und im Backend von Websites zu finden, weshalb ich euch eher raten würde, JavaScript zu lernen, sofern ihr nicht beruflich PHP lernen müsst. Es ist keine schlechte Wahl, aber es geht halt nun mal besser. Kombiniert PHP auf jeden Fall mit Laravel, wenn ihr diese Sprache lernen wollt. Bei Newcomern oder Spezialitäten bin ich an der Stelle etwas vorsichtiger mit konkreten Empfehlungen, denn es kann natürlich schwieriger sein, damit einen Job zu finden oder ein konkretes Produkt zu entwerfen. Oder aber es gibt einfach noch andere Einschränkungen wie ein noch nicht perfekt ausgereiftes Ökosystem. Trotzdem gibt es aber einige Sprachen, die ich für spezielle Anwendungsfälle definitiv hervorheben möchte. Kotlin beispielsweise ist die Sprache, die ihr lernen solltet, wenn ihr mobile Apps nativ für Android programmieren wollt. Das können zum Beispiel leistungsintensivere Apps sein oder welche, die direkt auf viele Features des Systems zugreifen. Auf der iOS-Seite ist das auf jeden Fall Swift. Die beiden Sprachen sind dadurch ein bisschen eingeschränkter von ihrem Umfeld, was man normalerweise damit macht, aber definitiv sehr, sehr wertvoll und wichtig. Und auch wenn sie in den Umfragen deswegen niedriger abschneiden, sind sie nicht weniger wichtig. Wollt ihr für Android und iOS gleichzeitig entwickeln, dann entwickelt ihr Cross-Plattform. Dafür würde ich euch momentan eigentlich Dart und Flutter empfehlen. Aber auch Go hat seine Berechtigung. Go ist eine wirklich tolle Sprache für Webentwicklung, da sie vieles direkt unterstützt und sich trotzdem sehr viel moderner anfühlt als so manch andere Sprache da draußen. Und auch Rust erfreut sich noch immer sehr, sehr großer Beliebtheit, ganz besonders in Bezug auf Sicherheit. Speichersicherheit, Nebenläufigkeit ohne Gefahr und gleichzeitig eine wirklich hohe Performance. Das war der Grund, warum beispielsweise der Code, den wir bei der Academy ausführen, wenn ihr eine Coding-Challenge abgebt, in einer Rust-basierten Umgebung laufen lassen. Und natürlich, auch wenn es keine richtigen Programmiersprachen im eigentlichen Sinn sind, ohne HTML und CSS geht überhaupt nichts im Web-Bereich. Und ohne SQL geht überhaupt nichts im Bereich Datenbanken. Das muss auch gelernt werden. Daran hat sich seit Jahren nichts geändert. Und zum Systeme administrieren geht nichts über Bash für Linux und PowerShell für Windows, ganz klar. Allerdings empfehle ich euch aktuell gerade eher weniger Abstecher in die absoluten Underdogs, es sei denn, ihr habt wirklich einen guten Grund dafür. Viele haben ja auch Julia oder R für Data Science vorgeschlagen, aber Python führt da einfach den Markt weiterhin an. Was wiederum bedeutet, andere Entwickler nutzen eher Python. Und so findet man natürlich auch mehr Hilfe dafür. Und ja, so sieht es natürlich auch mit vielen anderen Sprachen aus. Man liest zum Beispiel, dass Jobs in Clojure richtig hoch bezahlt sind. Aber dafür gibt es halt auch recht wenig dafür. Und ja, man könnte anmerken, dass Solidity die Sprache für Web3 ist. Aber da gibt es momentan auch nicht die größten Entwicklungen, weil es gerade eine Regulierungsphase auf staatlicher Ebene durchmacht, die sich gewaschen hat. Ich würde hier aktuell eher also auf bestehende Technologien setzen. Und wenn ihr die könnt, dann könnt ihr euch immer noch wunderbar selbst entscheiden, wohin die Reise als nächstes gehen soll. Mal reinschnuppern ist nie verkehrt. Und natürlich, wenn ihr in der Psychiatrie flexen wollt, dann empfehle ich euch natürlich wie immer, Brain F*** zu lernen. Also wenn ihr Webentwicklungen machen wollt, lernt JavaScript. Hardwender, C und C++, Allround-Tool oder KI oder Data Science, dann Python. Damit seid ihr, wenn ihr gerade frisch anfangt, perfekt bedient. Ansonsten bieten sich natürlich auch immer die Spezialitäten an, wenn ihr einen ganz bestimmten Nutzen darin seht. Und ansonsten genau das, was euch natürlich am meisten fasziniert und Spaß macht. Denn genau deshalb sind wir hier, oder? Ja? Ja?